Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Train 2009 auf der wunderbaren U-Bahn Berlin Sim. Gestern am 17.05. ist die Version 1326 erschienen und die U8 ist jetzt im Editor, im U-Bahn-Generator mit enthalten. Das heißt wir können KI-Verkehr, Baureihen etc. einstellen. Dann würde ich so sagen, wir drehen mal eine Proberunde, befinden uns hier in der Kehre Wittenau und greifen uns hier mal diesen F76. Marschieren erstmal kurz zum hinteren Wagen und machen den Schluss an. Zack, zack, so raus da, wieder zurück in den ersten Wagen. So, warum räumelt meine Maus hier so rum? Okay, wir machen die beiden Lichter vorne an. Stromabnehmer, Steuerstrom. Pult auf, den hier schon auf 25 fürs Rangieren gleich. Automat, Umformer, Fahrsperre, Federspeicher lösen. Luftbremse ist an, das sieht alles gut aus. Dann machen wir hier weiter. Lautsprecher, Zugfunk, Zugbeleuchtung. Wir machen uns mal kurz das Licht im Führerstand an. Dann gucken wir zur Decke. Wir fahren bis Hermannplatz. Und zwar, wir müssen ja noch die Schande der letzten Runde sozusagen wieder gut machen. Da hat es ja nicht geklappt. So, wir fahren von Wittenau nach Hermannplatz. Das ist die 822. Okay, Blick nach draußen. Und C gedrückt. Das sieht doch schon mal gut aus. Sehr schön. So, dann drücken wir Y, um das Ganze zu starten. So, dann würde ich sagen, wir rücken schon mal vor, lösen unsere Luftbremse. So, und auf geht's. So, der andere Kollege ist auch schon da. Wir haben Signal zum Bahnsteig. Das ist schon mal schön. Jetzt bin ich ja auch gespannt, wie das mit der Weiche im Bereich Jannewitzbrücke funktioniert. Da wurden wir beim letzten Mal aufs andere Gleis rübergebeamt. So, da stehen auf jeden Fall schon mal Leute. Das ist gut. Das hatten wir beim letzten Mal auch nicht so. So. Und freigegeben. So, auf der anderen Seite fährt es doch eigentlich, würde ich sagen, KI-Verkehr funktioniert. So. So, Geschwindigkeit hoch. Ach, jetzt habe ich wieder. Sollte aber funktionieren. Sollte aber funktionieren. Hervorragend. War beim letzten Mal ja auch nicht so. So, wenn ihr guckt in eure Szenarien, die ihr habt, dann werdet ihr da eins finden. Das heißt KI-Test U8, das ist genau das. U8 nach Hermannplatz. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. U8 nach Wittenau. Einsteigen bitte. So, die Geschwindigkeitsvorwahl mit der Maus mal ein bisschen aufpassen. Da ist man ratzfatz wieder in der Nullstellung. So, Licht hier können wir wieder ausmachen, würde ich sagen. So. 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 So schnell gewesen. So. Alles nicht schlimm. Fahrsperre wieder rein. Wir lösen. So. 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 meine Lieblingszüge. Ah, Kind der Zerinnerung. Ich mag die Front, dass die Fenster noch nicht ganz rumgehen, dass die vorne angeschrägt sind. Und ja, das Wurzelholzfurnier im Pult ist auch nicht so unbedingt meins. Das graue Pult mag langweilig aussehen, aber ich mag irgendwie so cleanes Design. SMH auch nicht anders. U8 nach Hermannplatz. Einsteig bitte. Diese Monitore für die Selbstverfertigung funktionieren selbstverständlich auch. Warum ist das schon wieder? Das kann alles nicht wahr sein. Ich habe aber keine Geschwindigkeitseinschränkung wahrgenommen, aber gut. Dann steht ein F76 in der Kehre. Ups, Ups, Ups. U8 nach Hermannplatz. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben. Zurückbleiben. Also KI-Verkehr war hier viel und reichlich. Mit den Zwangsbremsen muss ich nachher im Schnitt mal gucken, ob ich etwas übersehen habe. U8 nach Hermannplatz. U8 nach Hermannplatz. Einsteigen bitte. Eine Residenzstraße sieht ja auch mal ziemlich hübsch aus hier. So, das ist erledigt. Zurückbleiben bitte. Zurückbleiben. 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 город. Zurückbleiben. Zurückble Baconen. Oh, der nächste Zug sitzt uns schon im Nacken. Mal ein bisschen Attacke machen hier. Aber hier wurde auch maximalst KI-Verkehr eingebaut. Aber ist doch richtig so. Wir wollen aber jetzt eben hier. Ich weiß nicht, dass wir gleich von der Deuter noch eine kriegen. So, das habe ich jetzt auch gesehen. Die Band 40. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. U8 nach Hermannplatz. Einsteigen bitte. Zurück bleiben, bitte. Ihr braucht auch den Abfertigungsspiegel. Könnt ihr euch natürlich konkret angucken, aber in dem Moment, wo ihr seht, dass der kurz zittert, dass der kurz wackelt. Das ist im Prinzip die Veränderung von Fahrgäste da, Fahrgäste nicht da. Dann zeige ich euch mal ein Punkstraße. Also, ob da Fahrgäste sind oder nicht, das wird die Abfahrt eures Zuges nicht aufhalten. Aber wenn man es einigermaßen realistisch machen möchte, sollte man auf den Spiegel schon mal so ein bisschen ansatzweise drauf gucken. Das ist ja immer ein Baller dran vorbei, weil man quatscht. Da sieht man trotzdem noch was? Ne, natürlich nicht. Jetzt zeige ich euch das am nächsten halt. So, hinter uns werden wir wieder Fahrkarten kontrolliert. Ja, das hätten 40 sein müssen, jetzt hat die Fahrsperre recht gehabt. Ja, das war jetzt ein bisschen viel gewesen. Ja, da vier- Ja, das war jetzt. Ja, da war's ganz sicher. Ja, da war's. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Spiegel, den ich euch zeigen kann. Kommt noch. Kermannplatz. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So, 60. So, 60 Ende. So, 60 Ende. Jetzt gucken wir mal auf den Spiegel, fokussieren uns nicht auf die Fahrgäste. Gleich wird der Spiegel kurz zucken. Zack. Zurückbleiben bitte. Wir haben einen Watchdog. U8 nach Kermannplatz. Mal kurz mal auf den Spiegel gucken. Zack. Zurückbleiben bitte. Also wenn ihr das Ganze exakt und vollbrückgetreu machen wollt, dann müsst ihr natürlich im richtigen Spiegel drauf gucken, dass die Fahrgäste weg sind. Moin Moin. So, Deuter funktioniert auch. Das ist die Fahrgäste. Das ist die Fahrgäste. U-8 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 Mal gucken, ob die 40, waren die angekündigt? Gucke ich nachher mal. U-8 Zurückbleiben bitte. U-8 Ja, offensichtlich. U-8 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 So, hier sind 45, die hat gesehen. U-8 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 Zurück bleiben, bitte. 55 50 U8 nach Hermannplan, einsteigen bitte. Zurück bleiben, bitte. So, grünes Signal. Beim letzten Mal sind wir da aufs andere Gleis rüber marschiert. Jetzt müssten wir eigentlich hier bleiben. Das ist hervorragend. So, Halt erwarten und hier ist grün. Okay. Trennstelle erledigt. Ja, also funktioniert. U8 nach Hermannplatz. Ja, ist richtig voll hier. Zurück bleiben, bitte. Ja, ist ja schon mit anstehen. 60 passt. Ja, ist ja schon. Ja, ist ja schon. So, jetzt geht das. U-8 nach Hermannsland. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. So, 50. Übergang zur 1 und 3. So, 50 Ende. Und wieder 50. Hier haben wir zwei Spiegel. U-8 nach Hermannsland. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. 40. So, 55. Das sind Gefälle. U-8 nach Hermannsland. Einsteigen bitte. U-8 nach Hermannsland. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Hermannsland. Übergang zur U-7. Dieser Zug endet hier. This train terminates hier. Bitte alle raussteigen. Schon eine Minute rausgespielt, trotz 30.000 Zwangsbremsung. Gut, dann stellen wir natürlich noch nach... ...hinter den Türenheik freigeben. Ja, wenn sie nicht aussteigen wollen, dann eben nicht. Zurückbleiben bitte. Naja, wir haben ja nicht ewig Zeit. Untertitelung. Das war's. So, da sind wir mal wieder. Sehr schön. Also wie gesagt, U8, Bombe. Vielen Dank an das Entwicklerteam für die hervorragende Arbeit. Ja, nochmal mehr Qualität reingekommen. Version 13, 24, 26. Holt euch die neueste Version und checkt das mal aus. Gut, dann vielen Dank, dass ihr wieder bei mir mitgefahren seid. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann hoffe ich, ich sehe euch im nächsten Video wieder und bis dahin habt eine gute Zeit. Macht's gut und tschüss.